Herzlich Willkommen bei Wahlheimat, dem Politik-Podcast. Ich bin Göster Neumann. Mein Gast heute Marco Bülow, Bundestagsabgeordneter aus Dortmund. Und seine Geschichte ist ungewöhnlich. Er ist jetzt knapp 20 Jahre im Bundestag und war lange in der SPD. Vor knapp drei Jahren kam es dann aber zum Bruch zwischen ihm und der Partei. Er tritt aus der SPD und der Fraktion aus. Dieser Austritt bedeutete aber nicht, dass er aus dem Bundestag raus ist, sondern er ist jetzt quasi Einzelkämpfer. Wie es dazu kam, haben wir besprochen und vor allem, wie es hinter den Kulissen im Bundestag zugeht. Inzwischen ist Marco Bülow auch wieder Mitglied einer Partei, und zwar der Satirepartei Die Partei und ist quasi deren erster Abgeordneter im Bundestag. Und er hat ein Ziel. Er will die Macht von Lobbyisten beschränken. Wie die überhaupt arbeiten und wie sie versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, hat er mir geschildert. Und vor allem, was die Folgen sind von zu mächtigen Lobbyisten. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert. Das geht bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und gern könnt ihr den Podcast in eurer App auch bewerten. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Schönen guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Freue mich. Sie sind ja jetzt seit fast 20 Jahren im Bundestag. Lange waren Sie für die SPD. Seit drei Jahren sind Sie aber fraktionslos. Was hat Sie damals bewogen, aus der Partei und aus der Fraktion auszutreten? Das war natürlich ein längerer Prozess. Aber hinterher ging es am Ende wirklich um die Frage, bleibe ich mir selber treu? Bin ich noch glaubwürdig? Oder rette ich mich einfach nochmal in meinem Amt als Abgeordneter? Ich denke, ich wäre wieder aufgestellt worden. Und ich habe einen Wahlkreis, den ich hätte eigentlich gewinnen müssen für die SPD. Aber das ging halt irgendwann nicht mehr. Und spätestens nachdem wir im Wahlkampf nochmal deutlich gemacht haben, auch der Spitzenkandidat damals, Schulz, und alle gesagt haben, wir machen nicht nochmal die große Koalition. Und dann haben wir sie wieder gemacht, obwohl wir das Gegenteil versprochen haben. Und wir haben leider häufiger das gemacht, oder das Gegenteil gemacht von dem, was wir versprochen haben. War das irgendwann nicht mehr glaubwürdig. Das S in der SPD wurde immer kleiner. Die Bindung zu der eigentlichen Klientel, die die SPD vertreten soll, wird immer kleiner. Das sieht man bei allen Umfragen, bei allen Wahlen, die gerade die Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder diejenigen, die eben keine starke Lobby haben, orientieren sich immer jetzt mittlerweile woanders und nicht mehr zur SPD. Das Thema Lobby und Transparenz insgesamt hat die Partei einfach nicht ernst genug genommen, hat Leute aufgestellt wie Steinbrück, die am meisten Nebenverdiensten von allen hatten und dem Lobbyismus wirklich gefrönt haben. Und sie hat dann auch Klimaschutz und Umwelt, was sozusagen neben dem Sozialen so mein Hauptthema war, nach vielen schönen Reden keine Taten folgen lassen und sich immer hinter der Union zu verstecken, funktioniert dann auch nicht mehr. Und irgendwann ging es nicht mehr. Ich konnte das nicht mehr aufrechterhalten. Sie waren ja auch, wie Sie selbst schon erzählt haben oder wie Sie selbst in Ihrem Podcast erzählt haben, lange Teil des Systems und dieses S in der SPD für sozial. Daran haben Sie ja auch gehadert. Also Sie haben ja auch selbst schon erzählt, dass Sie für die Harz-Reform zum Beispiel damals gestimmt haben. War das so ein erster Eindruck, wo das anfing bei Ihnen? Oder wie stellt man sich so einen Prozess vor? Man hat ja jeder sicherlich mal Zweifel in seinem Job oder während seiner Arbeit. Aber wo ist dann der Punkt, woran merkt man, dass es nicht mehr geht? Also eine Reibung gab es immer. Ich bin auch erst lange bei den Jusos gewesen, bevor ich in die SPD eingetreten bin. Das war auch möglich. Und die Jugendorganisation lag mir da deutlich näher. Ich habe aber zum Beispiel auch immer eine starke Aminität zu Umwelt- und Klimathemen gehabt. Und das war auch immer ein Hadern. Auf der anderen Seite gab es Leute wie Hermann Scheer, wie Ernst Eich von Weizsäcker, die klar auch versucht haben, das Soziale mit dem Ökologischen zu verbinden. Aber als dann das Soziale auch noch untergegangen ist, dann wurde es natürlich immer schwerer. Aber ja, das ging gleich los mit den Harz-Gesetzen und Agenda und Schröder und vor allen Dingen mit der Basta-Politik von Schröder. Also ich wurde sofort gleich ins Wasser geworfen und habe gemerkt, wie Politik funktioniert. Ich dachte ja, ich könnte was verändern. Und das wird jetzt mit Rot-Grün, wird natürlich ein neues Zeitalter anfangen. Und ausgerechnet unter Rot-Grün werden die unsozialsten Gesetze überhaupt beschlossen. Ich war intern schon völlig dagegen. Ich habe auch versucht, da mobil zu machen und dass wir uns dagegen wehren. Aber am Ende ging es ja, es wird keine Koalition mehr geben. Also dann geben wir die Regierung an die Union ab. Oder ihr müsst das eins zu eins so tragen, diese Harz-Gesetze. Und da habe ich leider mitgemacht. Ich dachte, das wäre wichtig. Und es war auch Usos und ist ja leider immer noch so, dass der Fraktionszwang, das, was von der Regierung vorgegibt hat, eins zu eins gemacht werden muss. Alle Arbeitsmarktpolitiker bei uns waren dagegen. Das schon hätte er stutzig machen müssen. Und damit hat natürlich die SPD ein unglaubliches Gesicht eingebüßt. Und vor allen Dingen, sie hat es dann nie, was ich dann immer wieder versucht habe, wieder gut gemacht. Irgendwann gesagt, wir haben Fehler gemacht und wir korrigieren das. Also man hat dann zwar an Sachen rumgedoptert, aber eine wirkliche Zäsur hat es nicht gegeben. Und für mich war das aber schon so ein erster Sargnagel, wie Politik funktioniert und wie ich Demokratie mir aber nicht vorstelle. Wie geht man dann mit solchen Kritikern wie Ihnen um innerhalb der Partei, innerhalb der Fraktion? Ja, nicht gut. Also passiert das einmal, dann ist dann auch irgendwann verziehen. Das geht dann auch gut. Aber macht man dann irgendwann wirklich, zieht seine Grenzen. Also ich habe dann versucht, irgendwann meine Grenzen zu ziehen. Da habe ich gesagt, eine Solidarität muss es geben in der Fraktion. Erst recht, wenn man in einer Regierung ist, ist schon klar. Aber es gibt Grenzen, sowohl bei Auslandseinsätzen, wo es um Leben und Tod geht, aber auch natürlich bei sozialen Gesetzgebungen, wenn die vor allem in der Häufung dazu führen, dass ich finde, dass wir keine soziale Marktwirtschaft haben, sondern das Gegenteil haben. Und dass wir Gesetze schaffen, die mehr dem Gemeinwohl schaden. Dann muss man irgendwie seine Grenze ziehen. Und die habe ich gezogen und die habe ich immer massiver gezogen und immer massiver wurde dann auch der Druck. Also man wird dann gerne irgendwie rausgedrängt. Man wird versucht, einen Gegenkandidaten zu erzeugen, wenn ich nicht einen Wahlkreis... Innerhalb der Partei, den Gegenkandidaten sozusagen schon. Und natürlich, man würde nie wieder, also ich wäre nie wieder auf eine Landesliste gekommen. Also die Hälfte der Abgeordneten ging ja über die Landeslisten rein. Bei der SPD sind es da mittlerweile viel, viel mehr, die über die Landeslisten reingehen. Denn die stellen auch die Landesverbände auf und die werden eigentlich von den Spitzen aufgestellt. Und da wäre ich nie wieder reingekommen. Ich habe also nur das Glück gehabt, dass ich eine Basis habe in Dortmund, die mich immer wieder aufgestellt haben und die das alleine entscheiden, die sich auch nicht reinreden lassen haben. Und dadurch, dass ich den Wahlkreis direkt gewonnen habe und auch immer mit einem guten Erststimmergebnis über dem Zweitstimmergebnis, war ich da relativ sicher. Und deswegen sozusagen konnten sie mich nicht ganz rausbringen. Aber natürlich wird man kaltgestellt in der Fraktion und irgendwann mussten sie die Drohungen, die sie mir dann verpasst haben, die nützen nichts. Und man weiß natürlich auch, Karriere macht man natürlich in der Partei und in der Fraktion damit nicht, obwohl das bei mir ja super aussah. Ich war sehr jung im Bundestag, ich hatte einen Wahlkreis. Ich war, glaube ich, zumindest der Jüngste mit einem direkten Wahlkreis, den er gewonnen hat, also in der SPD auf jeden Fall. Und ich war relativ jung ein Sprecher schon nach drei Jahren. Also eigentlich stand mir alles offen. Aber dann war klar, dass ich mich entscheiden muss. Nehmen entweder mein Gewissen oder die Karriere. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wird man dann sozusagen von den Kollegen geschnitten oder wird man beiseite gezogen? Oder ist das gar nicht so subtil, sondern viel direkter? Es gibt eigentlich alle Formen. Es gibt die sehr subtilen Formen. Natürlich am Anfang gibt es dann eher so den wohlmeinenden Kollegen, der geschickt wird. Aus der Landesgruppe oder der dich gut kennt oder der schon lange dabei ist. Und pass mal auf, Junge, so und so, verbau dir nicht deine Zukunft und so. Das geht ganz nett und subtil los. Und dann geht es aber immer direkter. Und dann nach dem Motto, du kriegst deinen Wahlkreis nicht mehr oder du bist auf die Landesliste nicht mehr aufgestellt. Dann haben wir gesagt, ja, okay, Landesliste ist mir egal. Und dann natürlich auch, du kriegst deinen Posten mehr, du kriegst das nicht mehr. Also das wird dann auch offensiver vertreten. Meistens natürlich nicht von den, ich sag jetzt mal, Chefs oben, sondern die haben natürlich ihre Leute, die das tun. Das ist ganz klar, vor allen Dingen, damit man schon gar nicht sagen kann, der hat das und das gesagt. Viel offener, muss man noch sagen, war das bei Peter Struck. Ich habe ja so einige Fraktionsvorsitzende gehabt. Und Peter Struck, auch wenn wir inhaltlich da ganz sicher nicht immer einer Meinung waren, aber der war schon noch so vom ganz alten Schlag. Und mit dem habe ich gute Gespräche geführt im Fraktionsbüro. Und der hat das auch ein bisschen offener formuliert und anders. Aber die anderen machen das natürlich eher auf eine andere Art und Weise. Und klar wird man auch geschnitten. Man merkt auch, wenn man redet in der Fraktion, wie dann da auch schon sofort der Gegenwind kommt. Und dann hat man auch natürlich Schwierigkeiten, andere Positionen durchzusetzen. Das wird auch immer klarer. Dann ist man irgendwann der Nervbold. Und das ist auch noch okay, wenn das dann 10, 20, 30 in der Fraktion sind. Aber ich habe gemerkt, dass die, die Widerstand leisten, die ein anderes System wollen, die auch eine andere SPD wollen, in der Fraktion immer verschwinden, immer eine kleinere Gruppe war, die man natürlich dann auch immer besser isolieren kann. Also wir waren hinterher fünf, sechs Leute, die gegen die Große Koalition waren. Also die erneute Große Koalition. Das ist bei 150 Leuten natürlich herzlich wenig. In der SPD wird ja aber sonst immer sehr groß von Erneuerung und frischem Wind gesprochen, weil man sich ja der Problematik eigentlich bewusst zu sein scheint. Warum ist es dann doch nicht so? Auch das ist das Problem. Das ist ja eine Floskel geworden. Also das haben wir immer gesagt nach jeder Niederlage. Und die Niederlagen sind seit Schröder halt in immer kürzeren Abständen immer größer geworden. Und irgendwann muss man doch irgendwann mal, das war also auch für mich dann ein Punkt, ich habe immer noch gehofft, lange gehofft, irgendwann wird die Notbremse kommen. Und wenn sie nicht von der Fraktion und von der Spitze kommt, von der Parteispitze kommt, dann wird sie von der Basis kommen. Aber sie kam nie. Es wird immer viel von Erneuern gefaselt, aber außer netten Kongressen dazu und viele Papiere, die man dazu gemacht hat, die dann alle wieder in der Schublade, ist nie wirklich was umgesetzt worden. Und das ist das eigentliche Problem. Und dass die SPD nicht mehr diese Vielfalt hatte. Es war ja, wenn man ehrlich ist, hat die SPD natürlich immer schon eine bestimmte Ausrichtung gehabt und hat sich schon immer angepasst in bestimmten Bereichen. Aber sie hatte eine Vielfalt. Sie hatte Leute, die gegen den Strich gebürstet sind. Ein Ottmar Schreiner, ein Hermann Scheer. Sie wurden zugelassen, hatten sogar eine bestimmte Resonanz und bestimmte Möglichkeiten. Und dann ist es aber immer stromlinienförmiger geworden. Und eine Partei, die Volkspartei werden will, kann nicht so stromlinienförmig werden, sondern sie muss ja Ränder haben. Sie muss ja Ausstrahlung haben von Leuten auch. Und das hat sie nicht zugelassen. Also nochmal ein Beispiel zu nennen. Also die fünf, sechs, die dann noch gegen die Große Koalition waren, wurden alle isoliert. Alle Posten weggenommen, alle isoliert. Der Hauptgegner der Großen Koalition bei der Union, Jens Spahn, der wurde zum Minister gemacht. Also selbst eine Union leistet sich mehr Vielfalt als eine SPD. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn man dann noch viele Leute ansprechen will. Der einzelne Abgeordnete kann in dem Fall dann nichts machen. Also Jens Spahn zum Beispiel, wenn Sie es im Vergleich sehen, der hat ja auch eine große Lobby. Lobby im Sinne von Parteikolleginnen und Kollegen, die ihn unterstützen. Das hat man doch in der SPD bei bekannten Leuten eigentlich auch. Ja, eigentlich schon. Aber in der Fraktion hört das dann auf. Und in der Partei ja mittlerweile auch. Ich meine, es ist ja nicht, die beiden Parteivorsitzenden sind ja gewählt worden, um Olaf Scholz zu verhindern. Das heißt, also eine gewisse Lobby mussten sie ja eigentlich haben. Und dann gab es ja noch einen Kevin Kühner, der ja unglaublich gehypt wurde und sich in Szene gesetzt hat. Und davon ist ja nichts mehr zu hören. Es gibt sie eigentlich nicht mehr. Obwohl sie diese Positionen bekleiden, stellvertretender Vorsitzender, Vorsitzende. Aber eigentlich bestimmt nur Olaf Scholz und die gleiche Camorra, die in der SPD schon die ganze Zeit bestimmt. Und Positionen wurden niemals durchgesetzt. Und bei jedem Inhalt sieht man das ja. Ein paar schöne Reden werden noch gehalten. Aber bei jedem Inhalt, der durchgesetzt wird, Staatstrojaner, machen wir auf keinen Fall mit. Die Union, was sie da fordert, das mit uns auf keinen Fall. Und zwei, drei Monate später beschließt es die Bundesregierung. Und der Bundestag stimmt mit und fast alle in der SPD stimmen auch mit. Und die Parteivorsitzende, die ich eigentlich schätze, ja, die geht da nicht mehr zur Abstimmung. Also das zeigt man ja, wer die eigentliche Macht hat. Und das war halt leider schon immer so. Normalerweise müsste man diese Lobby haben in der Partei, weil die Basis schon noch anders tickt. Aber das wird halt nicht mitgenommen. Und das wurde auch, das ist eigentlich seit 15 Jahren irrelevant. Und wenn mal Parteitagsbeschluss daneben geht, ich habe das ja selber erlebt. Ich habe beispielsweise das Tempolimit mal durchgesetzt in der Partei, vor 15 Jahren schon. Das hat aber keine Auswirkungen, weil in der Fraktion und die Fraktion und bei keiner Koalitionskonstellation die SPD das jemals eingefordert hätte. Also die hat nicht mehr verhandelt mit der Union. Und daran sieht man ja, dass eigentlich da schon eine sehr starke Nähe der Spitze immer da war gegenüber der CDU. Ein paar Kämpfe muss man noch ausfechten für die Öffentlichkeit. Aber man hat einen viel größeren Hang dazu. Und bestimmte Beschlüsse, die dann doch von der Partei durchgesetzt werden, interessieren nicht. Wir haben uns auch eigentlich nie mit Parteitagsbeschlüssen in der Fraktion auseinandergesetzt. Also außer natürlich, sie sind von der Fraktion initiiert worden. Wie ist das denn? Sie sind jetzt quasi ja, kann man so sagen, allein im Bundestag. Bei Mitgliedern einer Fraktion oder die in einer größeren Partei sind, gibt es ja immer Kolleginnen und Kollegen, die klatschen, die aufstehen, die einen unterstützen. Wenn sie jetzt Reden im Bundestag halten, wie sieht das aus? Einerseits bin ich auch viel freier. Ja, also erstens kann ich reden. Auch Rederecht wurde mir gerne entzogen. Selbst in meinem Fachgebiet. Man hat mich sogar aus dem Ausschuss rausgenommen. Also sowas gab es vorher auch noch nicht, dass ich war 13 Jahre in einem Fachausschuss. Und ich glaube, es wird niemand bestreiten in der SPD, dass ich nun wirklich einer der Fachleute der SPD in Umweltfragen war und bin. Und trotzdem wurde ich aus diesem Ausschuss rausgenommen, damit ich da bloß auch nicht mehr rede. Man hat mir das Redenrecht entzogen. Jetzt darf ich reden. Das ist eine ganz andere Möglichkeit. Ich kann auch zu den Themen reden, wo ich möchte. Das heißt, ich habe dann eine ganz andere Möglichkeit, auch Aufmerksamkeit zu schaffen. Und es ist natürlich eine andere Nummer. Ist man Regierungsfraktionsmitglied, muss man ja alles schönreden, was die Regierung macht. Das heißt, man redet ja gar nicht nach dem, was man wirklich denkt. Sondern man redet alles schön, egal was es für ein Gesetz ist. Selbst bei Staatsreihanna redet man es schön. Oder wenn die Linke mal wieder eine Vermögenssteuer fordert oder irgendwas Soziales fordert, dann redet man dagegen, weil man irgendwie noch einen Formfehler findet. Und das ist ja überhaupt keine Freiheit. Das ist stromlinienförmig von oben vorgegeben. Und ich kann sozusagen, ich habe das immer versucht, aber es war trotzdem natürlich schwer, kann natürlich viel freier reden. Ja, natürlich habe ich jetzt nicht die Fraktion, die aufsteht. Aber dann ist es ja auch kein ehrlicher Applaus, wenn man so will. Das sind diese typischen Geplänkel. Ab und zu kriege ich ja trotzdem ein paar, die applaudieren. Ich sehe auch, dass ein paar SPDler gerne zucken bei manchen Sachen, die ich sage, aber dürfen nicht klatschen. Auch das ist ja schon wieder fatal, dass es so eine Order im Prinzip gibt. Aber man kann ja trotzdem Leute erreichen mit den Reden. Und das versuche ich halt. Das ist für mich eine der politisch absurdesten Sachen, die ich immer sehe, wenn man Debatten bei Phoenix als Zuschauer verfolgt. Man weiß ja, wenn es jetzt beispielsweise eine linke Forderung ist, also eine politisch linke, nicht der Partei die Linke. Da müsste es ja Überschneidungen geben zwischen der Partei die Linke, zwischen Grünen, zwischen SPD-Leuten, vielleicht auch noch woanders mal, weil es ein bisschen in die liberale Richtung geht. Aber trotzdem klatschen immer nur die eigenen Leute. Das weiß man doch selbst als Wähler, dass das eine Farce ist. Warum wird das politisch so durchgezogen? Weil, also es gibt eine Ausnahme, wenn irgendeine Partei oder vor allen Dingen, wenn man sozusagen die AfD basht, dann gibt es so Applaus über Fraktionsgrenzen weg. Aber ansonsten ist es wie das ganze System. Es ist halt Parteitaktik dominiert. Und das ist das Problem. An dem Applaus sieht man das, aber das ist ja nur so ein Symptom, was vielleicht sogar noch, wo man vielleicht noch mit leben könnte. Das Problem ist, ist ja überall so. Wir haben ja eigentlich im Grundgesetz steht, man ist seinem Gewissen nur untergeordnet und eben nicht der Fraktion, dem Fraktionschef oder einem Regierungschef oder einer Chefin. Denn da fängt es ja an, da wird es auch richtig problematisch. Neulich ist ja immer so gewesen, dass der Altmaier einem Antrag der Linken zugestimmt hat. Dann hat er das sofort klargestellt, dass er sich vertan hat, sondern er hat auch gesagt, er würde niemals einem Antrag der Opposition oder der Linken zustimmen. Und das sagt alles, wenn man einer Parteitaktik alles unterordnet und sagt, wenn man in der Regierung ist, egal mit wem, einem Oppositionsantrag, dem nimmt man niemals ernst und dem würde man niemals zustimmen. Egal, ob man das selber eigentlich möchte oder nicht, dann ist es eine Selbstaufgabe der Demokratie. Dann können wir sozusagen eine Regierung wählen und dann wählen wir noch 700 Beamte oder Angestellte. Die sitzen dann für die Parteien im Bundestag und vielleicht gibt es noch einen politischen Fraktionsvorsitzenden, aber auch den brauchen wir eigentlich nicht, zumindest nicht für die Regierungsfraktionen. Also da gibt man sich komplett selbst auf. Ich wünsche mir eine Demokratie, wo man streitet, wo man aber auch über Fraktionsgrenzen hinweg manchmal Mehrheiten findet, auch vielleicht gegen die Regierung oder auch unabhängig von der Regierung, wo es aus der Mitte Gruppenanträge gibt, die ja völlig verpönt sind, die eigentlich, also normalerweise ist es ein Grundprinzip des Grundgesetzes, dass es diese Gruppenanträge gibt, aber sie werden nicht gemacht, weil sie sozusagen von den Fraktionsspitzen immer abgelehnt werden, weil es untergräbt angeblich die Parteitaktik. Aber man gräbt sich da selbst eine Grube, weil die Leute, glaube ich, draußen, die verstehen das nicht, sondern sie sehen nur noch Parteitaktik, Wahlkämpfe, die erst recht Parteitaktik sind und dann garniert mit Lobbyismus, haben wir eine Gemengelage, die nicht gut ist. Zur Erklärung noch, da ging es um die Patentfreigabe für Impfstoff, wo Altmaier abgestimmt hat. Sehen Sie darin auch ein Problem, dadurch die rechten Ränder gestärkt werden oder eine gewisse Politikverdrossenheit, wenn quasi die linken Parteien sich gegenseitig bekämpfen oder zumindestens das Wasser abschneiden? Ja, total. Also selbst bei der Großen Koalition habe ich das schon vor acht Jahren gesagt. Wir hatten dann ja schon mal eine Große Koalition und vor acht Jahren, nach dem Zwischenspiel zwischen Schwarz-Gelb, also FDP, Unionsregierung, ist die SPD wieder in eine Große Koalition gegangen. Und schon da habe ich gesagt, das stärkt die Ränder, wenn man immer Große Koalitionen macht und immer versucht, so eine Mitte-Politik zu betreiben, ohne sozusagen ein klares eigenes Profil. Man muss nur nach Österreich gucken. Da wurde ich noch total verlacht vor acht Jahren. Ich habe gesagt, man muss nicht wundern, dass irgendwann eine rechte Partei im Bundestag ist. Jetzt ist diese rechte Partei vor vier Jahren im Bundestag gekommen. Und es gab am Anfang Aufregung, aber mittlerweile wird es ja total akzeptiert. Es ist völlig normal. Und man rechnet ja auch damit, dass es so weitergeht. Und das finde ich völlig schlimm, weil die natürlich, klar, sie haben auch ein Potenzial, das muss man sagen, natürlich. Und zwar von Leuten, die leider so denken, von dem, was sie auch tun. Aber sie schöpfen auch Potenzial ab von den Leuten, die völlig unzufrieden sind, die das nicht mehr so wollen. Und die natürlich dann viel leichter verführbar sind, wenn sie das andere alles ablehnen und dann eine scheinbare Alternative wählen. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war neulich in Berlin und da gibt es ein Plakat von Wohngenossenschaften. Und ich stehe da vor und gucke es mir an und da kommt ein Typ vorbei und sagt so, ja, gucken Sie sich das an, das ist total wichtig. Und dann spreche ich mit dem und dann sagt er, ja, das müssen wir viel mehr machen. Der Wohnraum in Berlin, das ist total schlimm und es kostet alles und es wird immer teurer. Und wählen Sie bloß nicht die FDP und die Union bei der Bundestagswahl. Weil ich sage, bei mir besteht da jetzt keine Gefahr, das kann ich Ihnen garantieren und so weiter. Und dann kam ich mit ihm ins Gespräch und dann meinte er so, also ich will diesmal, also wir waren uns eigentlich so einig in vier Jahren. Und dann sagt er, ich will die AfD. Und ich so, hups, das kann doch nicht wahr sein. Ich sage, wissen Sie, dass Sie auch gegen, sozusagen da sind, dass es eine neoliberale Partei ist? Dann meinte er, ist mir alles egal. Das sind die einzigen, die den mal richtig einschenken. Und das ist so bezeichnend, dass ich hätte den jetzt nicht, ich habe nicht über andere Themen mit dem geredet, aber ich würde den jetzt nicht als Rechtsradikalen einordnen. Und trotzdem kommt das dabei raus. Und deswegen habe ich da die größte Angst vor, diese Parteitaktik über alles zu stellen, Demokratie auszuhöhlen, gibt natürlich sehr viel Raum, gerade für Rattenfänger und für rechte Parteien. Lassen Sie uns noch über ein anderes Thema sprechen. Sie engagieren sich gegen Lobbyismus im Sinne von, Sie sind Bundestagsabgeordnete, haben eine Initiative gegründet, haben auch ein Buch dazu geschrieben und einen Podcast gestartet und üben dann starke Kritik an Lobbyisten. Wie groß ist denn der Einfluss von Lobbyisten auf die Politik oder auf die einzelnen Abgeordneten? Also ich muss so weit gehen, dass man das nicht mehr unterschätzt, also nicht nur nicht unterschätzen kann, sondern gar nicht leider hoch genug einschätzen kann, welchen Einfluss sie haben. Dabei geht es gar nicht mehr so stark um den Bundestag und die Abgeordneten, sondern vor allen Dingen auf die Regierung und einige Schlüsselabgeordnete. Das reicht ja. Im Bundestag müssen sie eigentlich nur noch eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, damit da nichts mehr schief geht. Aber die Gesetze werden in der Regierung gemacht und die Regierungsmehrheit nickt ab. Und der Fraktionszwang führt dazu, dass sich Lobbyisten eigentlich keine Sorgen mehr machen müssen, wenn sie den Deal mit zwei, drei Leuten gemacht haben. Aber da laufen die Deals wirklich sehr stark und gerade natürlich sehr stark von dem Profitorientierten Lobbyisten, also die eh schon mächtig einflussreich sind und nicht einfach nur eine Interessensvertretung haben, sondern da sind natürlich knallharte Profitinteressen, die dahinter stecken. Deswegen muss man denen trotzdem zuhören. Aber das muss man wissen. Aber es wird eben nicht mehr eingeordnet, sondern es wird gesagt, ja, aber Interessensvertretung ist doch wichtig. Jeder soll seine Meinung sagen und ihr Abgeordneten hört euch das dann an. Und dann bildet ihr euch eure eigene Meinung. Aber so läuft es nicht ab. Wir haben eine Beschallung 20, 30 Stunden pro Woche von Profitlobbyisten, die Büros haben, die gut ausgebildete Leute haben, die viel Geld haben, die viele Einladungen aussprechen können, die viele Jobs versprechen können nach der politischen Karriere und, und, und. Und dann haben wir die Interessensvertretung von Initiativen, Vereinen, Bürger, Bürgerinnengruppen, hast du nicht gesehen, die alle keine Büros haben, die keine Profis engagieren können. Die können mal eine Pressemitteilung machen, die können vielleicht mal eine Videokonferenz machen, aber da nehmen die meisten von uns ja nicht teil. Und damit ist das so eine Waffenungleichheit zwischen einigen wenigen Profitlobbyisten und dem ganzen Rest, dass das natürlich die Demokratie wirklich umkehrt und damit geht es einfach nicht mehr um das Gemeinwohl, es geht nicht mehr um das Argument, es geht übrigens auch nicht um wissenschaftliche Grundlagen, sondern es geht wirklich darum, wer hat die stärkste Lobby hinter sich, der setzt sich dann irgendwie durch. Und das kann ich nicht akzeptieren. Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also ist es so, dass ein Lobbyist in ein Ministerium kommt und dann quasi Einladung ausspricht, zum Sektempfang reisen oder sagt, hey, wenn es dir mal nicht so gut geht, vielleicht haben wir beruflich für dich eine Neuorientierung. Ist das so konkret oder ist das eher subtil? Also wie kann man sich das als ganz normaler Wähler vorstellen? Also erstmal geht das subtil los. Und ich kenne es natürlich aus der Sicht des Bundestagsabgeordneten. Das ist jetzt gar nicht so, dass der mit dem Aktenkoffer da reinkommt, mit dem Geldkoffer oder mit den klaren Versprechungen, sondern der baut erstmal eine Atmosphäre auf. Und das kann er halt ziemlich gut, weil er gut geschult ist, weil er viel Zeit dafür hat, weil er sich jeden Abgeordneten vornehmen kann. Da gibt es nur ein Gespräch, da gibt es nicht mal eine Forderung. Dann gibt es ein zweites Gespräch und manchmal gibt es dann sogar der Lobbyist, der sozusagen hilft dir bei irgendwas. Der gibt dir ein Papier aus dem Ministerium, was du als Abgeordnete nicht kennst, was aber das Ministerium schon irgendwie intern erarbeitet hat. Und dann bist du natürlich irgendwann was schuldig. Also so läuft das auf Bundestagsebene ab. Aber dann gibt es natürlich irgendwann auch die Einladung, ach komm doch, du bist doch BVB-Fan, habe ich jetzt ein paar Mal gehabt. Wir haben da die Sonderlounge und so, da komm doch mal hin und so. Also das steigert sich. Und dann sieht man ja, wie empfänglich die Abgeordneten sind. Und dann gibt es natürlich auch mehr. Und im Ministerium läuft das natürlich ein bisschen anders ab. Teilweise müssen die da gar nicht eingeladen werden, weil sie nämlich da irgendwie zuarbeiten. Es gibt ja immer mehr auch outgesourcete Geschichten, wo dann Expertinnen, Experten sozusagen auch noch bezahlt werden, dass sie reinkommen. Und das sind nicht selten Lobbyisten, die an den Gesetzen mitschreiben. Und natürlich, wenn man sich das anguckt, mittlerweile gibt es ja dann teilweise Veröffentlichungen. Also zum Beispiel wurde jetzt, habe ich auch ein paar Mal gemacht, Minister Scheuer angefragt, wie häufig er vor so einem Autogipfel oder überhaupt für so eine Entscheidung Umweltverbände eingeladen hat. Das war jetzt bei einem Beispiel einmal. Und in der gleichen Zeit hat er 20 Mal mit Konzernchefs und bestimmten Bereichen von der Autolobby gesprochen. Das heißt, auch da gibt es ein krasses Unverhältnis. Und was dann hinter geschlossenen Türen gesprochen wird, das weiß keiner. Am Ende sieht man aber, welche Handschrift die Gesetze haben. Und deswegen gibt es ja die Forderung nach dem Fußabdruck in den Gesetzen, wer hat was in ein Gesetz eingebracht. Und die kleine, also der Fahrradclub, der bringt da nichts ein. Das ist ziemlich offensichtlich. Und das müsste man wenigstens mal schwarz auf weiß haben. Transparenz schafft nicht die Unverhältnismäßigkeit ab. Aber es würde zumindest ein bisschen deutlicher werden. Ist es denn so, dass man sich dessen als Abgeordneter bewusst ist? Oder denkt man dann teilweise, dass derjenige ist ein Freund von einem, wenn er einem so oft geholfen hat? Nee, genau das ist die Gefahr. Wir sind alles Menschen. Ich würde jetzt mal vorsichtig formulieren, wir Abgeordneten sind vielleicht sogar noch ein bisschen eitler so als der Durchschnitt der Bevölkerung. Aber es ist auch menschlich. Und wenn ich so und so viele Stunden mit dem verbringe und dann lese ich vielleicht noch eine Pressemitteilung von den anderen, das ist das andere, dann werde ich natürlich beeinflusst. Alles beeinflusst mich. Und wenn ich 20 Stunden voll geschallt werde, natürlich auch mit teilweise guten Argumenten, dann nehme ich das auch an. Das ist schon mal eine Variante, also dieser Wohlfühl-Lobbyismus. Das Zweite, wir haben, ich nenne die Lobbytarier, das sind so die, die zwischen den Welten sind, die eigentlich noch Politiker sind, aber eigentlich schon für die Lobby arbeiten oder andersrum. Habe ich häufig genug erlebt. Dann wird mal angerufen vom Ex-Kollegen, der war noch bis letztes Jahr irgendwie bei dir in der Fraktion und will mit dir einen Kaffee trinken und ist in Berlin. Und du denkst dir, super, natürlich mache ich doch. Und dann redest du mit ihm. Ja, ich arbeite jetzt übrigens irgendwann im Gespräch für die und die und ich habe hier mal ein paar Informationen oder gebe mir da auch mal ein paar Informationen. Natürlich ist man viel gewillter dem Ex-Kollegen, dem Genossen oder bei der Union, sagen wir ja nicht Genossen, sonst was, natürlich ein bisschen was anders zu sagen. Der hat deine Handynummer und der hat nicht nur meine Handynummer, sondern er hat die vom Staatssekretär, der hat die vom Minister und dann gehen die natürlich ein und aus. Das kommt man so rein und dann findet man das als normal. Das muss man auch mal dazu sagen. Und dann kommt noch dazu, dass der Lobbyismus sich auch verändert. Du weißt gar nicht mehr mittlerweile, mit wem du zu tun hast. Früher war halt Arbeitgeberverband, ja klar, Bauern, Kirche, Gewerkschaft, da sind die Verhältnisse geklärt. Wenn ein Konzern kommt, sind die Verhältnisse eigentlich auch geklärt. Aber heute kommt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft oder die Initiative XY. Die tun so, als wenn sie Gemeinwohlinteresse haben, schieben das auch vor. Aber es geht natürlich, bezahlt werden sie aber dann von bestimmten Konzernen, die ein ganz knallhartes Profitinteresse haben. Das sagen sie aber nicht. Oder Anwaltskanzleien, die sogar noch nicht mal sagen, wer ihre Kunden sind. Das heißt, die sagen noch nicht mehr, legen das noch nicht mehr offen. Und dann gibt es natürlich gerade so als neuer Abgeordneter, ja, dann setzt man sich da hin und hört sich das an. Und das hört sich erst mal ganz plausibel an. Ja, und dann denkt man darüber nach. Und wenn man, ich sage jetzt mal böse, die sind mittlerweile auch besser und geschulte, aber wenn dann jemand vom Umweltverband kommt, der sagt einem erst mal, wie schlecht die Politik der letzten Jahre war, wie blöd das Konzept XY ist und was man alles falsch gemacht hat. So, und dann soll mir keiner sagen, dass er nach dem Gespräch mit dem Umweltverband denkt, das ist ja aber ein dufter Typ und mit dem rede ich gerne nochmal und mit dem gehe ich auch natürlich mal ein Bier trinken. Und mit dem von der Lobby, der einem Honig über dem Bad geschmiert hat, macht man das nicht. Also das ist, da ist man sehr schnell befangen und verführbar. Und ich habe das ja selber erlebt. Und da muss man schon sehr geerdet sein und Gespräche führen und auch von anderen Leuten rausgeholt werden, dass man sich davon nicht vereinnahmen lässt, sondern dass man das vielleicht sogar als das erkennt, was es ist, eine einseitige Maschinerie. Inwiefern denken Sie, kann da ein geplantes Lobbyregister helfen, dem ganzen Wirrwarr sozusagen so ein bisschen das zu entzerren? Nicht viel. Es schafft ein bisschen mehr Transparenz, weil es öffentlich macht, wer da alles unterwegs ist. Ich habe zum Beispiel auch lange dafür gestritten, dass die Hausausweise, die es gibt, muss man wissen, die Fraktionen können Hausausweise verteilen an Menschen. Meistens sind das dann Lobbyisten, wie wir hinterher festgestellt haben. Die können dann immer ungehindert in den Bundestag kommen. Das finde ich übrigens eine Frechheit. Die wenigsten kleinen Verbänden, Initiativen kriegen so einen Hausausweis. Aber die konnten immer reinkommen. Abgeordnete Watsch hat dann irgendwann geklagt. Union und SPD haben dagegen geklagt. SPD tut ja immer so, als wenn sie so super transparent sind. Die wollten das nicht veröffentlichen. Und dann mussten sie es veröffentlichen. Und dann sah man, oh, es sind ganz viele Konzernvertreter und Lobbyisten, die da Einlass haben, vor allem von der Union, aber auch von der SPD. Und das zeigt natürlich was, wenn man es jetzt veröffentlicht. Und wenn so ein Lobbyregister da ist, wo alle veröffentlicht werden müssen, dann zeigt das das Missverhältnis. Aber es verhindert natürlich nichts. Erstens wird nicht deutlich, von wem werden die bezahlt, die da hinkommen, die sich eintragen müssen. Es wird nicht deutlich gemacht. Und auch nicht, was haben sie denn jetzt besprochen. Das heißt, man weiß sozusagen nur ein bisschen mehr Bescheid. Wir schätzen ja immer nur, dass so auf jeden Abgeordneten irgendwie 60 Lobbyisten kommen. 30 bis 60 Lobbyisten, das ist immer so die Schätzung. Früher hat man mal 10 gesagt. Es ist deutlich mehr geworden. Dann wissen wir ein bisschen mehr. Aber das, was wirklich an Geschäften passiert, das findet ja auch nicht im Bundestag statt. Das macht man dann halt einfach woanders. Das heißt, es fehlen bestimmte Elemente im Lobbyregister. Trotzdem ist das wichtig. Wir brauchen das. Aber es ist so ein Basic. Das wäre so, als wenn man, mein Sport irgendwie, es gibt keine Mannschaftsaufstellung. Es gibt nur Nummern hinten drauf, es gibt keine Mannschaftsaufstellung. Also natürlich musst du wissen, wer das ist, wie der heißt, wo der herkommt und so weiter. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir wissen, wie er spielt und was er für Tricks drauf hat. Und ja, ob er jetzt Stürmer ist oder wie er ausgebildet ist. Das wissen wir trotzdem alles nicht. Wie groß schätzen Sie den Schaden ein, der durch Lobbyisten auf die Gesellschaft lastet oder auf der Bundesrepublik, ganz banal gesagt? Kann man das schätzen? Das ist super schwierig. Also was man kann, ist, dass zum Beispiel die Cum-Ex-Geschäfte, die es gab, also wo die Finanzindustrie, Banken und so weiter wirklich so Rückvergütungen, Geschäfte gemacht haben. Also der größte Steuerraub der Geschichte, der Deutschland zig, zig Milliarden gekostet hat. Das kann man ungefähr dingfest machen. Das ist jetzt erstmal noch kein Lobbyismus, aber die Politik hat viel zu spät reagiert. Ich sage natürlich, weil da Lobbykontakte herrschten, weil man die nicht dingfest machen wollte. Und wenn dann sogar einer Bank wie der Warburg Bank 57 Millionen geschenkt werden, die sie eigentlich dann zurückzahlen müssen, nachdem das aufgeflogen ist. Und man sagt dann, nee, müsst ihr nicht. Keine Stadt macht das normalerweise, keine Kommune. Also da kommt schon was zusammen. Aber insgesamt kann man es nicht abschätzen. Da sage ich nur ein Beispiel. Klima. Wir haben jetzt gesehen, wie teuer so eine Hochwasserkatastrophe wird. Wenn die jetzt häufiger kommen und sich mit Dürren abwechseln und, 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 dann werden so viel Schäden auf uns zukommen. Und eigentlich kann man sagen, das kommt alles, weil wir eine Klimaschmutzlobby haben, die die Politik jetzt über Jahre beherrscht hat. Wir haben vor 15 Jahren mal ein bisschen beim Klimaschutz Fortschritte gemacht, erneuerbare Energien eingeführt. Und dann hat die Lobby zurückgeschlagen mit freundlicher Unterstützung der Politik. Und die Schäden, die da auf uns zukommen und vor allem auf die nächsten Generationen zukommen, die wird man gar nicht beziffern können. Und das ist, da ist Lobbyismus natürlich ein Hauptgrund. Aber ich will das auch nochmal abschwächen in dem Sinne, auch das ist nur ein Symptom. Das ist ein Symptom, dass wir eine Profitgesellschaft haben, wo nicht das Gemeinwohl zählt, sondern sich alles unterordnet. Also das, was Angela Merkel marktkonforme Demokratie nennt. Und wenn wir so ein System haben, wo das an erster Stelle steht und nicht das Gemeinwohl, dann ist natürlich klar, dass du das auch in der Politik hast. Also warum soll die Politik eine Ausnahme sein? Wenn alles dem Profit untergeordnet wird, ob Gesundheit, ob Bildung dann irgendwann und irgendwann auch noch die Luft zum Atmen, und wenn alles dem Profit untergeordnet wird, dann wird auch die Politik dem untergeordnet. Dann ist das nur ein Symptom. Denken Sie, es könnte dadurch ein Umdenken in der Politik entstehen? Jetzt, wenn man das sieht, auf die Straßen immer größer werden die Fridays-for-Future-Bewegungen. Das sind ja auch quasi zukünftige Wählerinnen und Wähler, die jetzt sehr grün-affin sind, dass da bei einigen Politikerinnen und Politikern so ein kleines Zeichen ankommt, dass man denkt, Geld auf der einen Seite, aber andererseits, diese Menschen sorgen für meinen Arbeitsplatz. Ja, das ist meine große Hoffnung, dass ich sehe auch gerade bei den jungen Menschen, aber nicht nur die Bewegungen, die gerade vor der Pandemie stark auf die Straße gegangen sind. Da gab es dann so eine Ernüchterungsphase nach dem Motto, wir haben eben so viele Millionen auf die Straße gebracht und ihr macht trotzdem nichts. Warum ist das so? Dass dann aber auch mittlerweile das Verständnis kommt, ah, da gibt es Gründe für. Da gibt es Gründe für und die liegen im Profitlobbyismus, der sehr stark beeinflusst, ich glaube, dass diese Zusammenhänge mittlerweile da immer mehr hergestellt werden. Nicht nur von den Jüngeren, aber auch gerade da. Und dass dann natürlich ein weiteres Bohren kommt. Wer ist denn das? Wer bohrt denn da? Wer sind denn die Lobbyisten? Für wen arbeiten die? Und so weiter. Und das, glaube ich, führt zu einer anderen öffentlichen Diskussion, weil am Ende haben wir nicht nur die Diskussion, ich gehe auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren oder für eine andere Pflege, sondern dann weiß ich auch, was die Hindernisse sind. Und die Hindernisse sind jetzt nicht nur, die Politiker raffen es nicht, die sind so blöd, weil sie sind eigentlich nicht so blöd, sondern sie raffen es schon, aber sie wollen es einfach nicht verstehen und haben sozusagen, sind halt in ihrer Lobbyblase, um es nicht zu verstehen. Und der Zusammenhang wird immer mehr hergestellt. Und damit werden natürlich auch die Fragen unbequemer und der Druck unbequemer. Und die, die jetzt zum Beispiel sehr grün-affin sind, ja, klar, die hoffen sich jetzt einen Wechsel in eine Regierung, aber den wird es wahrscheinlich nur geben, indem man SPD mit Grünen austauscht. Und dann haben wir das gleiche Dilemma wieder. Und da wird der Lobbyismus und das ganze System sich eben nicht verändern. Sondern man sieht das ja jetzt schon, die Grünen sind jetzt bei den Spenden, haben sie aufgeholt, also fast schon FDP und Union erreicht. Und dann werden wir sehen, wie auch da die Geschäfte gemacht werden. Und das wird natürlich dann immer mehr, glaube ich, das auch radikalisieren. Aber die Parteien braucht es ja im Endeffekt. Oder Sie hatten vorhin angesprochen, Interessen oder Interessen gebündelt über Parteigrenzen hinweg. Aber Parteien sind ja doch immerhin noch ein wichtiger Sammelpunkt von Interessen, weil ja so um kleinste Überschneidungen zu finden, wenn ich da so raushöre, sehen Sie ja große Kritik in den Parteien an sich, in ihrer Existenz. Oder verstehe ich das falsch? Nicht in ihrer Existenz, aber in ihrer Ausrichtung. Und dass sie sich nicht erneuern. Und dass wir, wir haben eine starke Parteiendemokratie. Das heißt, unsere Demokratie lebt von Parteien. Das ist auch lange vielleicht gerechtfertigt gewesen mit Parteien, die unglaublich viele Mitglieder haben, wo es Volksparteien gab. Also ich kenne das ja gerade von der SPD in Dortmund. Wir haben 25.000 Mitglieder gehabt in Dortmund. Wir haben über 80 Ortsvereine gehabt. Es gab keinen Verein in Dortmund, wo nicht einer auch aus der SPD drin saß. Und so ist es natürlich in Bayern und in anderen Bereichen dann von der CDU gewesen. Da ist nicht alles gut gelaufen. Das will ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber es gab sozusagen überall die Anbindung. Und es gab auch ein Kümmern. Und das gibt es eben nicht mehr. Die Parteien haben über die Hälfte ihrer Mitglieder verloren in den letzten 20, 30 Jahren. Die Mitglieder, die noch da sind, sind fast die allermeisten über 60, teilweise über 70 Jahre. Das heißt, ein ganz großer Teil der Bevölkerung wird nicht mehr abgebildet in diesen Parteien. Und gerade die Jüngeren haben meistens keinen Bock mehr in die Partei zu gehen und sich da vereinnahmen zu lassen. Und dann sozusagen auch nur Ausschäpfe hingestellt. Also sie verkümmern so ein bisschen zu Wahlvereinen. Das heißt, die eigentliche politische Auseinandersetzung, die ja in so Parteien auch stattgefunden hat, natürlich sehr unterschiedlich, ist ja auch egal in welcher Partei, die finden so gar nicht mehr statt. Und dann geht es wirklich nur noch um Machterhalt. Oder kriege ich auch noch was vom Kuchen mit? Schaffe ich es irgendwie, Staatssekretär zu werden, damit ich schnell in die Wirtschaft wechseln kann? Die meisten wollen ja auch gar nicht in der Politik bleiben, sondern sie wechseln dann ja schnell in die Wirtschaft. Früher war das nicht so. Auch ein Kanzler, der abgetreten ist, der hat noch irgendwelche Vorträge gehalten. Aber der geht nicht zu Gasbrummen oder sonst was. Man lässt sich das vergolden. Und heute sind ja schon die Staatssekretärmöre mit 35 auf dem Absprung. Und das höhlt die Parteien komplett aus. Und damit müssen wir sozusagen das System verändern, weil die Parteien diesen Anspruch nicht mehr haben können. Sie vertreten eigentlich nicht mehr die Bevölkerung. Und deswegen müssen wir eigentlich stärken, müssen wir die Initiativen, die Verbände, die Vereine. Man muss denen nicht die Gemeinnützigkeit wegnehmen, so wie das jetzt diskutiert, sondern man muss sie stärken, man muss denen mehr Gemeinnützigkeit geben, damit sie zum Beispiel von Spenden auch wirklich leben können. Man muss eigentlich bei den Parteien das beschneiden. Trotzdem brauchen wir sie als Träger, aber sie müssen sich verändern. Und wir müssen andere Möglichkeiten schaffen. Und ich glaube, wir brauchen auch Parteien, neuen Typs, die sich wirklich einen Kodex unterordnen, die keine Spenden nehmen oder wenn dann nur Kleins spenden, die das Sponsoring-Verfahren nicht mitmachen, die auch mehr zulassen, dass sich Leute engagieren nur für ein Thema. Und auch nur vielleicht auch nur in der Lebensabschnitt, dass man sagt, ich möchte mich ein Jahr jetzt engagieren für, weiß ich nicht, vor Ort für die Radfahrbewegung oder für mehr Kita-Plätze oder was auch immer. Das muss man mehr zulassen. Das geht aber in Parteien nicht. Man muss da erstmal eine Zeit lang sein und da muss man eine Funktion haben und da muss man sich vor allem mit Wahlen und organisatorischen auseinandersetzen. Und wenn man dann ganz viel Glück hat, dann kann man irgendwo mal mitreden. Und was man damit redet, ist aber völlig egal, weil in der großen Politik interessiert es dann wieder niemanden. Und das muss sich ändern. Also wenn ich das zusammenfassen kann, mehr Initiativen und die Parteien im Bundestag müssen sich dann aber auch erneuern und durch andere ausgetauscht werden, weil sonst würde das ja bedeuten, dass dieses parlamentarische System so gar nicht mehr weiter Bestand haben könnte. Oder ist das der falsche Rückschluss meinerseits? Der wird auch so auf Dauer keinen Bestand mehr haben. Das sind so jetzt natürlich, sind doch alles schön geredet. Es wird eine Fassade aufrechterhalten, aber die wird immer mehr bröckeln. Und das heißt, entweder reformieren sie sich von selbst, dann haben sie sozusagen eine Chance, auch irgendwie dauerhaft noch mitzureden, die Parteien. Dann müssen sie sich aber wirklich erneuern. Und sie müssen aber auch, es müssen andere Versandstücke. In der Demokratie, das muss man ja nochmal sagen, ist ja kein monolithischer, fester Block, sondern der muss sich ja verändern, der muss leben. Da müssen die Leute eingebunden werden. Demokratie muss sich auch immer selber hinterfragen. Dazu müssen die Menschen eingeladen, dazu muss es Resonanz geben. Und das wird immer weniger. Und das kann man auf Dauer nicht mehr einrechnen. Deswegen glaube ich, brauchen wir auch eine neue Säule. Wir brauchen mehr Mitbestimmung zwischen Wahlen. Also ich will gar nicht nur vom Volksentscheiden reden. Die kann man auch kritisch sehen. Aber man kann sie auch koppeln. Petitionen, es gibt unglaublich viele Petitionen, aber es interessiert keinen Bundestag. Weil die kommen vielleicht in den Petitionsausschuss, aber darüber hinaus schaffen sie nie ein Gesetzesverfahren. Die müssen mehr Rechte kriegen ab einer bestimmten Stimmungslage. Ich glaube, wir brauchen Bürgerinnenräte, die zu bestimmten Sachfragen sich zusammensetzen, per Losverfahren zusammengesetzt werden, Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen müssen eine Relevanz haben. Und nicht schön, dass wir zusammengesessen haben, wie jetzt der Klimarat. Das interessiert weder keinen Bundestag, sondern das muss zum Beispiel dann in Gesetzesverfahren gegossen werden. Da kann man dem Bundestag dann noch gegenstimmen. Deswegen ist der Bundestag und das Parlament wichtig. Aber sie müssen sich rechtfertigen, wenn sie dann dagegen stimmen. Und sie dürfen nicht nach Fraktionszwang entscheiden. Dann hast du eine unglaublich spannende Debatte, wenn so ein Bürgerrat was beschließt. Es gibt ein Gesetz dazu. Und dann müssen sich auf einmal die Menschen im Bundestag dazu verhalten. Vielleicht machen sie eine Alternative. Vielleicht stimmen sie dem auch zu. Dann ist es auch öffentlich eine spannende Debatte. Und auf einmal kriegen die Leute mit draußen, Hups, wir haben ja eine Chance mitzureden. Was ich sage, wird auf einmal wieder wichtig, weil den Hauptvorwurf, den ich immer gekriegt habe bei den letzten Ständen und Wahlkämpfen, war immer, also wenn überhaupt noch so, ich wähle euch nochmal, ihr seid das kleinere Übel, aber nicht, ich finde euch toll oder so. Oder ich will nicht mehr wählen, weil ihr macht doch ihr alle. Es ist auch egal, wen ich wähle, ihr macht ihr alle das Gleiche. Und da könnte man mal zeigen, nee, es gibt noch Möglichkeiten. Deswegen brauchen wir sowieso eine Erweiterung. Und darum muss Demokratie immer streiten, weil zu so einer Fassade habe ich keine Lust. Und das würde irgendwann die Falschen nach oben bringen, die eigentlich auch gar keine Demokratie mehr wollen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sie quasi aus der SPD ausgetreten sind, immer noch Bundestagsabgeordnete, sind lange Zeit fraktionslos, immer noch fraktionslos. Jetzt aber sind sie Mitglied der Partei, die Partei. Wie kam es dazu und warum haben Sie das gemacht? Weil im Endeffekt ist das ja in meiner Definition eher eine Satirepartei, deren Ernsthaftigkeit sicherlich nicht für jeden sofort erkennbar ist, wenn es die überhaupt gibt. Ja, vielleicht ist es ja schon Satire an sich, dass der wahrscheinlich mit der ernsthafteste Abgeordnete im Bundestag und ich glaube, den Titel würde mir auch wahrscheinlich keiner wegnehmen, dann ausgerechnet zu einer Satirepartei geht. Deswegen sage ich ja, natürlich überspitzt, ich habe die Spaßparteien verlassen, um jetzt endlich ernsthaft Politik machen zu können. Aber jetzt im Ernst, ich sehe bei vielen, was die Partei macht, einen viel ernsteren Hintergrund, als ich den bei der praktischen Politik im Bundestag noch erlebe. Es wird viel schön geredet, es gibt viele schöne Wahlprogramme. Natürlich sind die Wahlprogramme alle ernsthafter als das, was sozusagen die Partei da aufstellt. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie jetzt ausgerechnet auch eine liberale Partei ein Programm macht, wo sie Milliarden zusätzliches Geld braucht, aber nicht sagt, wo sie dieses Geld hernimmt, also dann kann man auch Satire machen, dann kann man auch Spaß machen, weil das ist eher fast schwierig, dass Satire die Absurdität, die es teilweise der Politik gibt, noch toppen kann. Aber das zeigt sich, sieht alles so seriös aus, aber ist es eben nicht mehr. Und ich habe bei der Satire-Partei, die Partei, das Gefühl, dass da viel ernsthafter Hintergrund hinter steckt. Es gibt unglaublich viele engagierte Leute. Es ist die einzige Partei, die außer den Grünen an der Mitgliederzahl wächst, mit über 50.000 Mitgliedern, fast so groß wie die FDP, wie die Linke, größer als die AfD. Kriegt man irgendwie nicht so mit, aber ich merke das und ich merke auch, wie viele da engagiert sind. Klar wollen da einige Spaß haben, das halte ich aber auch für legitim. Aber es geht ja bei der Satire eigentlich darum, anderen wehzutun, anderen den Spiegel vorzuhalten und bestimmte Sachen mit anderen Worten auszusprechen, die endlich mal ausgesprochen werden müssen. Und deswegen gibt es eine Schnittmenge. Das ist nur ein Instrument. Deswegen spreche ich auch, wir brauchen insgesamt neue Parteien und andere Parteien. Es wird nicht die Partei alleine irgendwie die Welt retten und auch nicht Deutschland. Aber es ist ein Instrument, wie man auch Leute noch ansprechen kann, die sich nicht mehr angesprochen fühlen und wie man vielleicht so ein paar Strukturen aufbrechen kann. Und es passt halt sehr gut. Es ist angesprochen, ich mache diese Initiative Lobbyland. Ich bin von einem Umwelt- und Sozialpolitiker zum Lobbypolitiker geworden. Das ist schlimm, weil eigentlich möchte ich das nicht. Ich möchte viel lieber über Umweltpolitik, über Klima sprechen und über das Zusammenbringen von sozialen und ökologischen Komponenten. Das wäre eigentlich mein Thema. Dafür möchte ich eigentlich den ganzen Tag darüber reden. Aber ich rede fast nur noch über Lobbyismus. Aber da trifft sich das mit der Partei, weil da habe ich nur Leute kennengelernt, denen das auch so was auf den Zwirn geht. Und die sagen, das muss sich verändern, mit welchen Mitteln auch immer. Und da trifft sich das. Und deswegen ist das eine gute Fusion, dieses Lobbyland wirklich anzugreifen und es deutlich zu machen, wie unsere Situation ist. Das heißt ja nicht, dass man sich dann nur einen schlanken Fuß macht. Natürlich muss dann auch kommen, wie macht man es besser. Lassen Sie uns noch über Dortmund sprechen. Sie sind ja da geboren, da aufgewachsen. Sie sind Direktkandidat gewesen für die SPD oder mithilfe der SPD, aber trotzdem direkt gewählt, hatten Sie ja auch schon angesprochen. Aber gleichzeitig hatten Sie natürlich auch mal das Label SPD bei sich. Wie gehen Sie das jetzt an in der kommenden Bundestagswahl, in den kommenden anderthalb Monaten? Da quasi Ihren Namen, der ja dann auch, so stelle ich es mir zumindest vor, ein bisschen weiter unten auf dem Wahlschein stehen wird. Wie wollen Sie bei den, ganz einfach gesagt, bei den Wählerinnen und Wählern positive Gefühle erzeugen? Also erstmal muss man sagen, das ist ein Abenteuer natürlich. Also als ich aus der SPD ausgetreten bin, habe ich es mir ja nicht leicht gemacht, sondern es war für mich klar, dass Profipolitik dann wahrscheinlich vorbei ist. Ich hatte auch Möglichkeiten, in eine andere Partei zu gehen, die auch wahrscheinlich in den Bundestag kommt. Und da wäre ich wahrscheinlich auch gut aufgenommen worden. Das wollte ich aber alles nicht, weil ich denke, dass das System trotzdem alle tragen ist. Und jetzt sozusagen ist klar, ich komme von außen mit einer eher kleineren Partei und damit macht es sozusagen, wird es vielleicht alles ein bisschen ehrlicher oder authentischer und versuche trotzdem irgendwie diesen Wahlkreis zu gewinnen. Und chancenlos bin ich nicht. Und kämpfe da mit offenem Visier, wie ich das schon versucht habe, innerhalb der SPD früher zu machen, jetzt komplett irgendwie draußen mit offenem Visier. Und da muss man sehen. Aber ich fühle mich weiter, als wenn man so will, bin ich weiterhin ein sozialer Demokrat. Ich meine, auch wenn natürlich zugespitzt, aber Martin Sonneborn nennt es ja so ein bisschen Last Social Democrat Standing. Und ein bisschen ist das vielleicht auch so. Und das werde ich auch nicht ablegen. Natürlich gibt es ja Enttäuschte. Ich kenne aber auch, gibt aber auch ziemlich viel Zuspruch, gerade auch selbst von Älteren, die sagen, sie verstehen das, was ich da mache. Und sie bleiben nur, weil sie irgendwie seit 40, 50 Jahren in der SPD sind. Aber ich glaube, gerade in Dortmund weiß man auch, was ich für Positionen habe und dass ich sozusagen hier geprägt wurde. Ich bin in einem Stadtteil zur Schule gegangen, der eher Brennpunkt war, auf einer Gesamtschule. Ich habe Dortmund nie verlassen und werde hier wahrscheinlich auch, ja, viele würden sagen, ich bin schon alt, aber alt werden. Und das prägt einen und das lässt mich auch nicht los. Und das nehme ich natürlich alles mit. Das ist sozusagen die Person, die dann hinterher rausgekommen ist. Und sie hat natürlich eine starke sozialdemokratische Prägung, aber wirklich sozialdemokratische Prägung. Meine Eltern kommen aus dem Pflegebereich. Das ist auch so ein klassischer Fall. Ich bin der Erste, der studieren konnte in der Familie. Also das war ja noch eine Aufstiegsgesellschaft. Oliver Nachtwey, der Soziologe, spricht eben jetzt von der Abstiegsgesellschaft, die wir haben. Und das empfinde ich auch so. Und das macht sich natürlich gerade in einer Stadt wie Dortmund auch bemerkbar, dass die Ängste größer werden, dass es zumindest den Kindern, aber auch einem selbst eher schlechter geht als besser. Und das war komplett vor 30 Jahren, als ich anfing, andersrum. Da hatte man noch die große Hoffnung, dass es sozusagen den Kindern besser geht oder einem selbst auch besser geht, wenn man nur sich anstrengt. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen. Also quasi das Image der Arbeiterstadt, ist das dann nicht mehr vorhanden? Ist es eher so eine Angst vor sozialem Abstieg? Es ist viel Angst vor sozialem Abstieg, aber nicht nur, sondern auch vor Verdrängung. Nicht mehr mitzukommen mit Erneuerung, mit Modernisierung. Wir haben einen Strukturwandel, der heftig ist im Ruhrgebiet. Und dann gab es viele Versicherungsjobs und Technologiezentrum und sonst was. Die sind dann auch schon wieder teilweise weg. Das heißt, es gibt natürlich hier so einen großen Umbruch und natürlich gibt es dann auch Ängste. Und Dortmund hatte dann immer noch, obwohl Arbeitslosigkeit abgebaut wurde, einen großen Anteil und vor allen Dingen diese ganzen prekären Jobs, über die man dann ja immer gerne spricht, die also einfach nicht gut bezahlt sind, die nicht sicher sind oder wo es immer noch Verlängerungen gibt, also wo man nie einen unbefristeten Vertrag hat und so. Das ist ganz präsent in Dortmund. Und natürlich, und dann kenne ich dann, deswegen glaube ich, bin ich auch der Richtige, der die anspricht, obwohl ich Umweltpolitiker bin. Weil wenn man die so anspricht, ihr müsst nur das und das machen und ihr müsst hier zum Bioladen gehen und ihr müsst jenes machen, dann kommt man dann natürlich bei den Dortmundern nicht weit. Weil dann die sagen, ich habe hier ganz andere Probleme, kümmere dich da mal rum, da mal drum. Und das muss man eben tun. Dann kann man auch sagen, wir alle haben hier eine Verpflichtung, Klimaschutz zu machen. Wir alle müssen anders leben in Zukunft. Wir müssen das ummachen, aber wir müssen die Leute dabei mitnehmen und wir müssen das Soziale immer mitdenken. Und das ist mir immer zu kurz gekommen. Entweder hat man das eine zu stark betont oder das andere, dieses Zusammenbringen, das macht keine Partei, finde ich, richtig gut. Und da muss man aber die Seele von den Leuten ansprechen. Klar ist es dann in irgendeinem kleinen Ort, wo es beschaulich und nett ist, irgendwo anders als in Dortmund. Aber das ist eben meine Prägung. Und das sollte ja im Bundestag auch ausmachen, dass die verschiedenen Prägungen da reinkommen. Und dass man eben ein bisschen auch das Gefühl der Leute mitnimmt, selbst wenn man das anders sieht. Dass man aber trotzdem weiß, okay, das ist jetzt nicht der verpestende Umweltfeind, sondern der hat halt einfach jetzt ein paar andere Probleme. Was ist denn das Besondere an der Stadt, von der Bedeutung oder wie fühlen sich die Menschen da? Also sie haben jetzt eher so ein bisschen, ich sage es mal, ich möchte nicht sagen die negativen Sachen, aber die größeren Herausforderungen angesprochen. Was sind die schönen Sachen an Dortmund und den Menschen? Das Schöne ist, dass die Menschen ja trotzdem irgendwie halt so ein, ja man hat früher mal ein Locher gesagt, also die wollen schon anpacken und mitmachen. Und da kannst du sie auch, aber die müssen natürlich was dafür bekommen. Das ist irgendwie klar. Aber die Mentalität ist ja trotzdem die, manchen scheinen das immer ein bisschen rau zu sein, wenn man von außen kommt. Aber bei den Ruhrgebietlern weiß man auch, wenn sie dich ins Herz geschlossen haben, haben sie dich ins Herz geschlossen. Und dann kannst du auch nicht mehr viel falsch machen. Und dann geht das auch über viele Sachen hinaus. Und dann gibt es eine Begeisterungsfähigkeit. Ich meine, klar, wenn man über Dortmund spricht, springen wir schnell über den BVB. Das ist aber auch wieder so eine Sache, gerade mit diesem erhobenen Zeigefingern. Ich kenne ja dann die aus der liberalen Bubble, Fußball, alles Millionäre und blö. Die verstehen aber nicht, was sozusagen das hier ausmacht. Das ist eben nicht nur Fußball. Das bringt die Familien zusammen. Das guckt die Oma mit dem Kind, also mit dem Enkelkind. Oder auch sogar bei vier Generationen. Das bringt die Leute zusammen. Das bringt auch eine der wenigen Sachen, die auch noch die Schichten zusammenbringt. Die verschiedenen Klassen zusammenbringt. Weil man dann zusammen das Bier trinkt. Das passiert woanders nicht mehr. Man geht ja in die Schule schon separiert, nur in seiner Klasse. Studieren dann erst recht und in anderen Bereichen. Und man geht auch eigentlich nur noch in Restaurants oder in Vereine rein, wo man eigentlich auch die ganzen Klassen separiert hat und nur noch für sich ist. Und das ist hier noch ein bisschen aufgehobener. Das ist noch ein bisschen durchmischt. Auch durch den Fußball. Natürlich nicht nur. Aber dann sieht man, dass es ja eigentlich eine Begeisterungsfähigkeit gibt. Und dann auch einen Zusammenhalt gibt. Und ich will das bei anderen nicht ausschließen. Aber ein bisschen rumgekommen bin ich ja schon. Und das ist aber nicht nur in Dortmund so. Das ist vielleicht rohgebietsspezifisch, würde ich sagen. Also die Rheinländer sind ja eher die lustigen, offenen. Das sind wir jetzt nicht immer. Aber wenn wir das einmal sind, dann sozusagen öffnet sich dann eben mehr als irgendwie nur so das Äußere. Schlussfrage, die ich immer stelle bei meinen Gästinnen und Gästen. Wo sehen Sie sich in vier Jahren? Was wollen Sie da erreicht haben oder noch erreichen bis dahin? Ja, also die eine Möglichkeit wäre, dass ich wieder im Wahlkampf bin. Glaubst man nicht. Weil ich schon auf jeden Fall noch die nächste Periode machen möchte im Bundestag, um was aufzubrechen und Verstärkung kriegen möchte. Aber ich glaube, dass ich weiter politisch engagiert sein werde und dass dieses Lobbythema mich nicht loslässt. Ich möchte die Initiative Lobbyland auf jeden Fall, egal was passiert, über die Wahl hinaus betreiben. Ich kann mir jetzt einiges leisten. Das ist der Vorteil. Ich muss jetzt nicht gucken, für wen ich arbeite, wie viel Geld ich da verdiene. Ich kann mir auch vorstellen, im Bereich der Nichtregierungsorganisationen was zu machen. Also ich werde da weiter engagiert bleiben. Da bin ich schon ziemlich sicher. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich weiter in Dortmund wohnen und hier mit meinen Freunden unterwegs. sein, hoffentlich dann wieder ohne Pandemie ins Stadion gehen können, Rad fahren können, in den Kneipen sitzen können. Das wird sich alles nicht verändern. Herr Bülow, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke auch. Und alles gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Marco Bülow erfahren wollt, dann hört doch mal in seinen Podcast Lobbyland rein. Die Infos dazu gibt es in den Shownotes. Oder schaut in sein Buch Lobbyland, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft. Ansonsten, wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert. Das geht bei Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Noch besser, wenn ihr den Podcast in eurer App bewertet oder eine kleine Rezension hinterlasst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.